Hallo meine Freunde, ich bin Stein hier und herzlich willkommen im Breakcamp. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein sogenanntes Haul-Video. Ich wollte es eigentlich nicht mehr machen, aber es kamen so viele schöne Sachen, beziehungsweise ich habe auch so viele schöne Sachen aus der Community und von Freunden bekommen, wo ich einfach sage, das muss ich mal zeigen, muss ich mal Danke auch sagen wieder. Denn das ist alles aber nicht selbstverständlich, dass man irgendwie solche Sachen bekommt und wie nett einfach die Community an sich ist, wie man sich da auch gegenseitig teilweise hilft, das finde ich einfach immer wieder klasse. Und da gehört sich das dann auch mal. Es sind ein paar Sets dabei, die ich gekriegt habe, die ich gekauft habe oder die ich einfach, wie gesagt, von der Community zur Verfügung gestellt bekomme oder geschenkt habe. Wenn ihr euch spoilern lassen wollt, was in den nächsten Wochen unter anderem auf diesem Kanal so zu sehen ist, dann bleibt gerne dran. Wenn ihr sagt, nee, der ... interessiert mich nicht. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, denn da heißt es wie immer, Every Monday is Social Monday. Ja, ich war im Brickshaus in der Schweiz. Dein Glamboy-Steinladen in der Schweiz, heißt der Wellbe-Slogan immer. Und da war das Frühlingserwachen 2.0, schönes Wochenende gewesen. Ein paar nette Leute wieder getroffen und hat echt sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da gehen auch noch mal dicke Grüße raus an die Orga. Erstens an die Besitzer des Brickshaus und an die ganzen Leute, die da unterstützt haben. Namentlich möchte ich da der Cesar, Raffi, so Raffzahn und Calimero nennen. Und der Buttermaker, die da auch tatkräftig unterstützen. Ich glaube, also Cesar arbeitet da ja, aber die anderen drei gehören, glaube ich, schon praktisch zum Inventar. Und die haben da wieder super Arbeit geleistet. Es war wieder ein Rundum-sorglos-Paket für die Community. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nette Gespräche, wie gesagt. Und man wurde, es hat an nichts gefehlt. Man wurde sehr, sehr, sehr gut versorgt. War wieder klasse. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War für mich leider nur ein kürzes Wochenende, da ich nur am Samstag da sein konnte. und nicht am Freitag, aber war trotzdem, fände ich, sehr schön. Wer Impressionen dazu sehen möchte, dem haue ich unten in die Video-Uberschreibung links rein. Ich habe immer wieder, und ihr kennt das von mir, zumindest diejenigen, die meine Videos kennen, keine Bilder, keine Videos gemacht. Denn solche Wochenenden sind einfach für mich zum Entspannen, zum Quatschen mit den Leuten aus der Community da. Und da habe ich keine Lust, irgendwie die ganze Zeit in der Kamera rumzurennen und irgendwelche Filme zu machen. Ist einfach nicht mein Ding. Egal, ob es Hameln war oder andere Events, das ist einfach nicht meins. Ja, was gab es denn so? Ich hätte gesagt, wir fangen mal an mit dem, was ich so aus dem Brickshaus mitgebracht habe. Da habe ich die ein oder anderen Personen getroffen. Unter anderem hier zum Beispiel Let's Bricks. Die haben hier noch nachträglich zu Ostern Osterwünsche, Tassen mit Osterwünschen verteilt. Vielen Dank dafür. Ist echt nett mit diesen Hasen drauf. Ist ganz cool. Kommt zur Sammlung. Und dann waren viele andere Personen da. Ich habe zum Beispiel Ronny B. getroffen. Das war wunderbar. Es waren nette Gespräche. Von ihm habe ich hier das coole Teil gekriegt. Ich muss sagen, wollte ich mir schon lange bestellen. Habe ich bis jetzt immer auf die lange Bank geschoben. War vielleicht auch ein bisschen zu schwabe, zu geizig. Aber hat mich riesig gefreut. Denn diese Callout Chart, ich finde die Idee total cool. Diejenigen von euch, die es vielleicht nicht kennen, das ist so das Periodensystem mit allen möglichen Lego-Farben. Und seit wann es die Lego-Farben gibt, wie sie heißen. Und ist einfach cool. Es ist so nice to have. Aber ich finde es einfach genial. Vielen, vielen Dank dafür. Und das war echt, echt genial. Auch Ole, das hat mich sehr gefreut. Waren echt nette Gespräche. Und war einfach cool. Dann hat sich meine Teile-Trenner-Fraktion mal ein bisschen erweitert. Denn Rafzan hat seine Überbestände mitgebracht. Und hat mir seine Tüte hingegangen. Und hat gesagt, ey Solcher, nimm raus, was du willst. Was dir noch fehlt. Und das hat mich megamäßig gefreut. Es sind ein paar dabei gewesen, die ich noch nicht hatte. Hier, Megaconstructs, habe ich einen, aber der ist, ich war mir nicht sicher, ob ich schon einen habe. Ich habe jetzt hier zwei. Das hat den Hintergrund, einer ist von Rafzan und einer habe ich vom lieben Connor gekriegt. Der hat mir nämlich auch noch was geschickt. Seht ihr dann gleich. Und somit habe ich die Möglichkeit, dass ich einen in meine Sammlung reinpacken kann. Dann kriegt er keinen Kratzer, keine Macke. Und einen zum Verwenden, weil auch gerade durch das, dass das hier von der Nockenposition so ist, dass man so drauf kann, ist das dann auch mal wieder was, wo ich sage, für die Bereiche, wo man nicht so gut hinkommt, wo einfach der Winkel nicht passt. Wieder ein super Teil. Und freut mich, dann habe ich jetzt endlich mal einen, den ich verwenden kann. Und wo es dann auch nicht schlimm ist, wenn dann mal ein paar Macken drin sind. Da habe ich mich dann auch weiter bedienen dürfen. Diesen kuriosen Kollegen hier. Oder den klassischen, ich sage immer Lego-Teile-Trenner, aber in Farben, die es von Lego nicht gibt. Einmal in Blau und einmal in Gelb. Dann in Schwarz gibt es verschiedene. Gerade auch von Panlos hat den normalerweise. Aber hier mit diesen Noppen kann ich den noch nicht. Deswegen ist der noch dazu gewandert. Die Giraffe, die man von Xingbao kennt. Diesmal aber in Orange. Ich habe nur in Gelb. Somit kam das auch noch dazu. Da ist meine kleine Teile-Trenner-Sammlung wieder ein Stück gewachsen. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch von Rafzan und von Calimera noch die Signature-Figure bekommen. Hat mich auch extremst gefreut. Kommt dann, sobald ich endlich mal wieder zum Frankenstein ins Museum kommen sollte. Oder in den nächsten Mock als Besucher mit rein. Da habe ich dann schon wieder ein paar Figuren, die mein Museum oder den nächsten Mock besuchen können. Dann habe ich noch den lieben Stigarchim, so kennen die meisten Leute von ihm aus dem Dogecourt, getroffen. Und er hat mir Sticker mitgebracht für meinen neuen U-Boot-Mock, den ich gebaut habe von ARC. Ein paar Livestreams. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich schon gesehen haben. Entweder das Review oder ein Livestream davon. Und er hat mir für eine 2x6-Fliese die Beschriftung von der U96 als Typenschild gemacht. Dass ich das dann schön standesgemäß zu den restlichen Schiffen bei mir in den Regalen passt. Das war es fast aus dem Brickshaus. Das eigentlich Wichtigste, das Gastgeschenk fehlt natürlich noch. Aber es gab so einen coolen Beutel dieses Jahr. Ich war dabei. Brickshaus Frühlingserwachen 2.0, die Glemborstein-Community. Und das ist auch ziemlich cool, was da so drin ist. Denn, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Es gibt so eine Naschtüte mit lauter kleinen Leckereien und Schweizer Süßigkeitsspezialitäten. Also wirklich hat man sich schön was einfallen lassen. Ein bisschen Schoki. Dann Kekse. Und dann gab es auch noch eine Tüte Schweizer Paprika-Chips. Also einfach mal was so ein bisschen, dass man während dem Klemmen vielleicht was zum Naschen hat. Auch wenn ich nie Chips während dem Klemmen essen würde. Ich hasse es, Fett-Tapser irgendwie auf Steinen zu haben. Da würde ich Amok laufen, Leute. Aber das war eigentlich schon was so an Geschenken da war. Fast kommt noch ein bisschen was. Und sage ich vielen, vielen Dank. Als nächstes, was ich bekommen habe von einem Arbeitskollegen, was total geil ist. Der hat mal seinen 3D-Drucker ein bisschen springen lassen. Die ein oder andere von euch denkt sich ja, was ist denn das? Ja, es ist ein Minifiguren-Arm. Aber das Teil ist zum Headset hinhängen. Ich finde das Ding total cool. Ist mittlerweile, wenn ich ihn euch jetzt nicht zeigen würde, mit einer Klammer natürlich noch festgemacht. Einfach aufs Vorsicht. Es geht auch so. Und ist bei mir an der Seite vom Tisch. Und dann kann ich dann immer schön meinen Kopfhörer reinhängen. Ein sehr cooles Teil. Und da sage ich nochmal vielen, vielen Dank an meinen Arbeitskollegen, falls ihr das sehen solltet. Er hat mich megamäßig gefreut. Ich feiere das Ding. Ich finde ihn genial. Dann, als nächstes, mal wieder ein bisschen was für die Solche-Kuriositäten-Kiste, möchte ich fast sagen. Der liebe Sascha Berlin Bricks hat ja dem letzten Fantasy-Sets vorgestellt von Kung Fu Panda. Und ich finde Kung Fu Panda total witzig. Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, ey, was machst du mit denen? Ich will die Figuren. Ja, ich musste natürlich die blöden Steine noch mit dazu nehmen. Aber er hat mir dann das Ganze für einen sehr, sehr, sehr fairen Kurs zugesendet. Und hat mich megamäßig gefreut. Und dann habe ich jetzt hier die Kung Fu Panda-Figuren. So ein bisschen wieder was für meine Kitsch-Ecke. Aber ich finde einfach den Film cool. Also vom ersten an finde ich den total witzig. Und die Figuren finde ich dann, fand ich da auch total nett. Und dann habe ich gesagt, ah, mal wieder so ein bisschen was für Soldier kauft. Jeden Scheiß. Dann, ihr wisst ja, bei mir geht so ein Video immer ein bisschen länger. Habe ich auch noch was aus dem Brickshaus mitgebracht. Einmal habe ich mir so einen kleinen Betonmischer gegönnt. Zwar falsche Firma, aber es ist Sembo und Sembo hat coole Steine. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn du dann mal ein bisschen was mit Baustelle machen willst, probierst du den mal aus, finde ich ganz nett. Und es sind ja in der Regel Sticker bei Sembo. Somit kann man das ja auch ändern. Und dann steht da halt ein anderer drauf. Ist mehr flexibel. Und jetzt greift nochmal der Hashtag Soldier kauft jeden Scheiß. Ihr könnt auch lachen. Ich habe von Inbricks, das ist eine Tochterfirma von Panlos. Da hat der liebe Don Mattuccino mal, ich verlinke ihn auch unten in der Videobeschreibung, mal ein Review zu diesem Bären-Franchise oder wie man das nennen möchte, gemacht. Mit diesen Teddybären. Ja, das ist so ein Set mit so einem, mit diesen, ja, ich kann es nicht sagen. Das sind halt so Teddybären. Teddy Beer Collection heißt das jetzt. Und da hat er ein Review mal über ein Set gemacht. Und das hatten sie in der Schweiz da. Ich fand die Verpackung auch total cool. Und da habe ich mir eins gegönnt und habe gesagt, ach komm, das musst du mitnehmen. Ja, sogar meine Frau hat gelacht, wo sie was gesehen hat. Also, das ist aber private, sagen wir es einfach mal so. Keine Sorge, da kommt kein Review. Leute, da müsst ihr euch echt nicht, müsst ihr echt keine Angst haben. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit mir organisiert. Vom lieben René, den Brickboer. Der hat nämlich, hier hat so ein kleines Set jetzt rausgebracht. Kann man unter anderem bei der Glamour-Steinwelt auch kaufen. Link ist auch unten bei mir, wie immer, in der Videobeschreibung. Da gibt es diesen kleinen Traktor. Ich weiß jetzt nicht, ob er im Online-Shop gelistet ist. Aber sonst einfach mal anschreiben. Ich weiß, das ist Glamour-Steinwelt. Da hat Glamour-Stein-Welt. Und das ist so ein kleiner, auch der kleine rote Traktor hier. Kann man es vielleicht ein bisschen erkennen. Eine Tüte, mehr brauchen wir da nicht. Es ist schön klein und übersichtlich. Ein nettes Set. Dann noch eine kleine Karte von ihm mit dabei. Hinweis und ein bisschen Werbung. Und ich finde das Teil total niedlich. Deswegen habe ich da so ein paar mehr mir bestellt bei ihm. Und ist kein Schnapper, kann ich euch gleich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was die in den Läden kosten. Aber ist kein Schnäppchen. Finde ich aber total cool. Und ich mag René seine Mops vom Debrick-Bur. Und da habe ich gedacht, das brauche ich unbedingt. Und da habe ich jetzt auch ein paar bei mir die Kanalmitglieder verlost. Denn ich wollte einfach mal ein bisschen was zurückgeben. Weil diejenigen unter euch, die bei mir eine Kanalmitgliedschaft haben, kriegen keinen mehr Content wie der Rest. Sie supporten mich. Das freut mich. Und ich wollte einfach was zurückgeben. Deswegen für alle anderen, die keine Kanalmitglieder sind, jetzt sei ich mal wieder nicht böse. Ich habe mich da einfach genötigt gefühlt, ein bisschen was zurückzugeben. Das Teil. Dann ist mal wieder so ein kleiner, das kann man schon sagen, für mich als süddeutscher, norddeutscher Shop das Verhängnis geworden, der sich hier Roll of Bricks nennt. Der macht so wilde Dinge wie Steine bedrucken. Für diejenigen unter euch, die ihn nicht kennen. Und da habe ich mir so ein paar nette Steine geholt. Wie unterer AT-AT-Crossing oder so Harzot und dann auch so Peep-Show. Und das Ganze gibt es einen Haufen witzige Sachen. Und der ausschlaggebende Grund war aber eigentlich diese Tüte hier. Das sind die Drucke für den R2-D2. Denn den habe ich mir geholt. So bei einer Druiden-Sammlung. Star Wars ist normal nicht mein Thema. Aber bei den Druiden werde ich ein bisschen schwach. Und ihr kennt mich, ein Teil von euch zumindest, ich habe so eine leichte Allergie gegen Sticker. Und darum habe ich mir da die Drucke besorgt. Die habe ich mehrfach. Nicht, weil ich mehrere R2-D2 habe, ausnahmsweise nicht. Sondern weil ich das noch für ein paar Freunde mitbestellt habe. Wie auch diese Sachen sind auch noch Drucke für Sets. Und für einen Mock solche Platzmarkierungen. Kann man so kennen. Das Licht ist halt ein bisschen schwach. Mal einstellen. Und da ist es leider auf Dark Blue Spray. Ich könnte jetzt fast besser auf Light Blue Spray brauchen können. Aber ich weiß jetzt schon, wo ich die reinpacke. Ich habe auch einen Bereich in meinem Flugplatz Mock, wo ich das mit Dark Blue Spray verwenden kann. Da haben wir dann also auch mal wieder ein bisschen kräftig zugeschlagen. Ich habe trotzdem nicht die versandkostenfreie Bereiche erreicht. Aber gut ist. Dann kommen wir noch zu ein paar Sachen, die ich wie aus von der Community bekommen habe. Und unter anderem kam das Paket, wo ich heute heimgekommen bin, war das bei mir. Panzer Obitze 2000 habe ich zur Verfügung gestellt bekommen vom lieben Connor. Denn das ist die überarbeitete Version. Ich habe ja mal von einem anderen Community-Mitglied die Panzer Obitze 2000 geschenkt gekriegt. Die erste Variante, die soll jetzt überarbeitet sein, was Qualität und Bautechnik angeht. Das werde ich in den nächsten Wochen mal testen. Und euch, entweder ich mache es im Stream, schreibt mir einfach in die Kommentare oder ich mache mal ein Review mit dem Vergleich alte gegen neue Variante. Was ist der Unterschied? Was ist besser gemacht? Ist es besser gemacht? Oder sind es nur Gerüchte? Und zeige euch das dann mal in den nächsten Wochen, was da so sich getan hat bei den ganzen. Da mal vielen Dank, dass ich das machen darf, weil das Set ist noch neu, original verpackt. Vielen, vielen Dank. Muss ich dann mal gucken, dass ich das dann auch wieder schön sauber zerlegt bekomme in Bauabschnittstüten, dass du da genauso deinen Spaß hast kommst. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Dann habe ich vom lieben Donnergürgler noch was bekommen. Von Fun World diesen coolen Türm. Und ich muss ja sagen, das Set ist ziemlich geil. Hat mich megamäßig gefreut, dass ich das von ihm bekommen habe. Und der Camper da unten. Er hat da ein geiles Review gemacht. Schaut gerne mal bei ihm vorbei, die ihn nicht kennen. Der Donnergürgler, haue ich auch Link unten in die Videobeschreibung rein. Der Camper, oder was das da ist. Ja, Camper. Der ist halt einfach genial. Das ist eigentlich fast das Coolste an dem ganzen Set. Der Türm ist auch cool, aber der Camper ist richtig gut. Und darum, mich freut es auch mit dem Türm. Werde ich auch mal demnächst bei Gelegenheit bauen, wenn es zeitlich reinläuft. Mal gucken. Pressiert nicht. Aber vielen, vielen, vielen Dank dafür. Packt man das mal hier rüber. Dann gab es noch mal was. Ich habe vom lieben Moritz, für diejenigen unter euch, es gibt ja jetzt den Glamm-Bausteine-Untergrund-Podcast. Da ist es jetzt dann, wenn ihr das Video anschaut, kommt in der Woche, wo dieses Video erscheint, auch wieder eine Folge raus. Die Folge 1. Auf Spotify, Apple und Co. Guckt einfach mal Glamm-Bausteine-Untergrund. Und da kommt der nächste Podcast raus. Da ist der Moritz auch mit dabei. Und er hat mir ein paar Sachen geschickt, beziehungsweise gebracht, wo er was bei mir abgeholt hat. Auch Xingbao Leopard 2 A6 und den schützten Panzer Puma. Falls ihr da mal was sehen wollt, ein Review oder so, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Den Puma werde ich auf jeden Fall mal bauen. Beim Leo bin ich mir nicht. Bauen werde ich ihn schon. Zu dem werde ich wahrscheinlich ein Review machen. Da weiß ich es noch nicht so genau. Wenn ihr wirklich vom Leo auch was sehen wollt, wie gesagt, einfach in die Kommentare hauen. Er hat es wunderbar zerlegt und verpackt. Und da bin ich dann mal gespannt. Ich habe mich ja bis jetzt eigentlich immer sehr stark distanziert von den Xingbao-Bundeswehr-Sets, weil ich halt Angst habe, dass es ausartet. Aber ich freue mich trotzdem. Da kann man dann einfach nicht Nein sagen. Dann, jetzt für diejenigen unter euch, die sagen, boah, da warte ich eigentlich drauf. Wann kommt er denn endlich? Es sind, wo ich jetzt heimgekommen bin aus der Schweiz, Sachen bei mir gelandet. Einmal hier eine Tüte mit Rünen-Teilen. Ja, sehr übersichtlich. Das ist von Guang Guang, der kleine Sherman, der jetzt frisch rausgekommen ist. Das wird ein Video sein, was demnächst sehr zeitnah kommen wird. Weiß ich nicht, ob nächste Woche Montag oder nicht. Mal gucken. Denn ich habe hier noch mal was. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen. habe ich hier, ah, man spiegelt ziemlich stark, habe ich von Afrobrick gestellt bekommen, die Guang Guang Spitfire. Auch hier schreibt einfach in die Kommentare rein, was wollt ihr zuerst sehen, den kleinen Sherman oder die Spitfire. Ich muss sagen, ich tendiere eher zur Spitfire, weil ein Panzer hat man erst letzte Woche. Und dann den kleinen Sherman, das ist meine Priorisierung. Aber wenn jetzt mehrere von euch seien, ah, nee, ich will den kleinen Sherman sehen, kann ich mich da natürlich auch überreden lassen dazu. Und last but not least, ja, wir haben es jetzt tatsächlich gleich, habe ich hier noch ein Set gekriegt. Das ist ein bisschen aus Zufall bei mir gelandet. Den Tiger 131 von Guang Guang. Also auf der Frontpage kann man nicht viel erkennen. Hier ist jetzt nicht gerade ein neues Set. und ich muss ehrlich sagen, das war irgendwie zufällig, dass das bei mir gelandet ist. Entweder ich habe mich da mal verklickt oder ich glaube, ich weiß schon, wie das bei mir gelandet ist. Und auf jeden Fall bin ich da mal gespannt. Muss ich mal gucken, wann ich da Zeit habe, wann ich den baue. Ich habe ja von, da hätte ich tatsächlich ein Vergleichsmodell von Kobi. Da habe ich nämlich einen A3131 da. Und da ist es dann schon mal interessant zu sehen, was ist der Unterschied zwischen dem Guang Guang Set und dem Kobi Set. Da muss ich mal gucken, der ist so eine Reserve. Ich muss jetzt mal für den Sommer nämlich schauen, dass ich vielleicht mal ein bisschen was vorproduziere. Ganz wildes Wort für mich. Das soll es schon gewesen sein? Okay, das soll es schon gewesen sein. Hört sich immer ein bisschen krass an bei mir. Ist doch wieder ein Haufen. Ich habe extra mal Lego weggelassen. Ist auch schon eine Weile her. Ist ja schon ein paar Wochen her, wo ich im Legoland war. Und ich glaube, das interessiert eh keinen. Darum habe ich gedacht, ich zeige euch erst mal die Sachen, wo ich jetzt gekriegt habe oder auch mitgebracht habe. Und die neu sind, was auch jetzt auf den Kanal kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Die, die mich noch nicht abonniert haben und nichts verpassen wollen zu dem Zeuge, was ich so gezeigt habe, will ich immer gerne ein Abo dalassen. Kommentare sind auch immer, freue ich mich, egal ob positiv oder negativ. Wenn negativ, bleibt bitte sachlich. Dann freue ich mich da auch immer drauf. Ich wünsche euch einen schönen Starten die Woche und ich sage, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Every Monday is Social Monday. Ciao, ciao Leute.